Hallo, mein Name ist Johann Martin. Heute möchte ich Ihnen meine beiden neuen Lehrmittel für Gewichtheben und Kettelbell präsentieren. Das Buch trägt den Titel Gewichtheben und Kettelbell, ein Lehrbuch in 1178 Bildern. In diesem Buch erkläre ich die Grundlagen des olympisches Gewichtheben, klassische Übungen wie Reißen und Stoßen und zahlreiche Gehilfsübungen, die man mit der Lahnhandel machen kann. Alle Übungen sind ausführlich beschrieben und die Bewegungen sind mit vielen Fotos bebildert. Außerdem habe ich auch dem Kettelbell Sport Platz in meinem Buch gewidmet. Auch hier gibt es neben Stoßen und Reißen aus dem Wettkampf sehr viele Fitnessübungen, mit denen man sich in Topform bringen kann. Ergänzend dazu gibt es eine DVD. Schauen wir mal rein. Die DVD ist interaktiv. Auf der DVD sieht man zahlreiche Übungen in Bewegung. Es gibt auch Färmeübungen, einfache Übungen aus der Makrobatik und natürlich Gewichtheben. Man kann sich die Übungen von vorne und von der Seite anschauen. Und Zeitlupe gibt es auch. Zum Thema Kettelbell gibt es ein Übungsvideo und ein Tricksvideo. Kettelbell behandle ich auf einer separaten DVD, die bald erscheinen wird. Das Buch und Gewichtheben der DVD können Sie ab sofort auf meiner Seite kaufen. Viel Spaß und Erfolg. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie mal nicht weiterkommen sollten, melden Sie sich bei mir. Ich biete auch Seminare an. Das Buch und Gewichtheben der DVD ist.